Kratzen im Hals, kratzen im Hals, sie gaben Kratzen im Hals. Kratzen im Hals, kratzen im Hals, ja so ein Kratzen im Hals. A.W. Cäsar, die singen werden begrüßen dich. Cantatimus morturi, ist egal. Kratzen im Hals, der Quarantäneblock mit Laliumanus Manum Labert. Labert, 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 labert. Immer labert. Und die sind wie Resta mit Estlau, dann wäre Runters. Das ist auf jeden Fall sehr klassisch und so klassisch wollen wir auch heute den Podcast begehen. Ja. Pardon. Lühavirus, Lühavirus, der draußen alles lahmlegt. Lühavirus, Lühavirus, der unsere Straßen leer fegt. Lühavirus, Lühavirus, der uns von Arbeit abhält. Fiesavirus, Miesavirus, und tötet uns das Baguette. Lühavirus, Lühavirus, du unsichtbare Becks durch. Lühavirus, Miesavirus, wir sind mit dir jetzt echt durch. Sankt Gesicht! Alea, Iab da ist! Richtig, hau ab! Weiser des Tages. In Finnland sagt man De Gagasta Gulda. Das bedeutet, ich kam, sah und nieste. Wehe dir wie die Vicky, wehe dir! Und nun gibt es das nächste Gewinnspiel. Gewinnspiellos i Maskeloos. Sanna wird nur diese Toga fallen lassen. Ich werde die Toga fallen lassen. Wenn ihr kommentiert bei dem heutigen Video, dann könnt ihr, habt ihr die Möglichkeit, wir losen das aus, zwei Freikarten für ein Lali-Loo-Konzert eurer Wahl zu gewinnen, morgen. Nein, dann werden wir wieder aufregen. Hoffentlich bald. Hoffentlich bald. Und ihr könnt zwei Freikarten gewinnen. Es ist eine Art Gutschein für Lali-Loo. Sonus Gutschein im Seinum. Bis morgen. Ad morgikus. Was das? Was heißt das, De in checkout zu haben? Schluck dich? Untertitelung des ZDF, 2020